Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einfach überall. Auf einmal tauchte aus diesen Flammen ein Bär auf. Das war das Schönste und das Furchtbarste, das ich je gesehen habe. Früher oder später kommt das Feuer auch zu uns. Wir trainieren schon über vier Jahre. Wir haben sämtliche Pflichtstunden, alle Qualifikationen. Aber solange wir nicht als Hotshots zertifiziert sind, darf meine Crew nicht mal in die Nähe des Feuers. Und reden wir drüber? Oder machst du einen auf John Wayne? Es ist nicht leicht, seinen Mann mit der Feuerwehr zu teilen. Nimmst du den kleinen Stinker? Es ist kein Stinker. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Zieht euch diese wunderbare Aussicht rein. Denn ihr werdet diese reine Schönheit der Wildnis nie wieder sehen. Was ist das? Das Feuer bedroht Häuser und Menschen. Ich will die Granite Mountains. Es ist soweit. Ihr seid Hotshots. Wir haben unsere eigene Hotshots-Spezialeinheit. Wenn das Feuer unsere Schneise überwindet, rast es direkt auf die Stadt zu. Die Feuerwart ist nur Sekunden entfernt. Es wird sein wie das Ende der Welt. Solange ihr atmen könnt, werdet ihr überleben. Wir gehen das Feuer direkt an und retten unsere Stadt. Komm her! Kein Chef kann in diesem Augenblick stolzer sein, als ich es auf euch bin, Jungs. Wir gehen das Feuer in diesem Augenblick.